Der Lützebäuerische Nationalfeierdach steht für unter dir. Wie und ein paar Abwohner von der Gemeinde gefreut, wer diesen Dach für sie bedeutet. Nationalfeierdach soll man für alle den größeren Erzug feiern in der Familie. Das ist für mich aber ein Fest, weil man mit allen Göttern, die in unserem Land, zusammen feiern und Flotstunden mit ihnen verbringen. Der Nationalfeierdach ist ein Fett sehr, sehr wichtig für unsere Gemeinde hier in unserer Gemeinde. Das ist ein Fett, um mit der ganzen Bevölkerung zu feiern. Weiterentfassen Sie auf das Frohe und Vorsprung von der Gemeinde, die im Vierabend für Nationalfeierdach am 22. Juni um 6.00 Uhr online überdrehen. Das kann Sie auf Facebook-Seite und auf www.wildz.lu.